Leck mich doch am Arsch! Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Diesmal schlafe ich dir in die Fresse, laufreiß dich, verlassen du! Diesmal sitze ich in dem Kostüm, in deiner scheiß Karre in Holland! Mach fressen! Was sagst du? Friss, was du willst! Das ist ja schlimmer wie ein Gezuchthauswerder, du Arschloch! Du willst mir bestimmt mal nicht zu fressen kriegen? Aber nicht zu enden, dumme Saudi! Hast du so ein Arschloch? Luki, so ein Arschloch ist verantwortlich für deine Produktion? Leck mich doch am Arsch, Mensch! Hier wird er in einen Film! Und wir werden dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst, du Idiot! Nein, da quatsch mich nicht an! Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du! Ist das Ungeheuer, was der mir erzählt? Ich muss es nicht fressen, sagt er mir! Ich muss es nicht fressen! Ist das zu fassen, sowas? Ist das zu fassen?